happy birthday to you herzlichen glückwunsch an alle leute geburtstag haben und herzlich willkommen bei wettbewerb ich spiele heute mal wieder mech arena ich hätte gerne wettbewerb gespielt aber es geht noch nicht deswegen spiele ich zwei gegen zwei und ich habe eine neue truppe gesortiert viel spaß die erste runde geht los ich werde auch gleich mit den neuen starten das ist mein neuer mesh den ich mir für geld gekauft habe ich finde eigentlich richtig cool vor allem mit der waffe die ich hier habe die waffe finde ich auch immer noch scheiße ich habe sie auch aber egal falle da nicht runter ich möchte erst mal kaputt kriegen da hinten das wird nix mehr das wird nix suche eine mist so rein Fertig! Erstmal! Well done! I know you can cover me. Get your information! Well done! No! Er war schneller als ich! Nein! Er war schneller als ich! Super! 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 Endlich ist er! Super! Okay! Boah, das ist eine richtig spannende Runde hier! Meine Güte noch mal! Nein! 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 Ach! Das gibt's doch nicht! Oh! Falscher Knopf! Falscher Knopf! Falscher Knopf! Nein! 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 Das war's! Das war's! Das war's. Gleich zum nächsten Runde. Oh, war ich schlecht. Nee. Okay, und die erste Runde geht los, äh, zweite Runde, also zweite Runde geht los. 3, 2, 1, go. Let's get things started. Influen fire. Critical damage. Frost blood. Frost blood. Well done. Identified. Well done. Well done. Humiliation. ich habe mich erwischt hat doch kein leben mehr gehabt ne gut dann immer mal den hier mit long zack Haha! Gut gemacht! 3, 2, 1 Wir machen weiter mit den Longarmen Mach dein Schild! Mach dein Schild! 5, 5, 1 5, 6, 5, 6, 10 Mist. Aber der Lott war mir klar, dass ich verliert. So, jetzt nehmen wir mal ihn hier. Ah, nein, ich bin zu langsam. Er ist schon down. Ja. Zeke. Oh, 2x in meinem VP. Nice. Schauen wir mal. Ich war nur der 2x in meinem VP, obwohl ich 2x in meinem VP war. Oh, Mist. Gut, dann bis gleich in der nächsten Runde. Let's go. Die dritte Runde geht los. Wir starten wieder mit diesem Mech. Ich bin der dritte Runde. Ich bin der dritte Runde. Gut gemacht. Ich bin der dritte Runde. Ich bin der dritte Runde. Killing spree Well done Humiliation Well done Incoming fire Humiliation Well done Ah, ganz knapp Beidem ist ein Doppelkür Ah Auf dir ganz knapp Ein Doppelkür vorbei Nemesis Oh, 9-1 Die erste Runde Ich denke mal Die zweite werden wir auch gewinnen Jetzt ist der Battena Ja. Ja. Und down. Jawoll. Ich probiere immer drunter durchzuschauen, um die Ecke zu schauen. Immer witzig. Juhu. Juhu. 3 Kits. Nice. Also mal in einer ist Bot 1. Genau der hier. Der neue. Oh, der war Bot 2. Oder Bot 3. In dem Fall. Supi, das war ne geniale Runde. Easy. Easy going. Immer nur nicht voll. Noll. Gut, dann würde ich mal sagen, das war's für heute. Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dann wünsche ich euch viel Spaß und auf Wiedersehen. Tschau. 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 Vielen Dank.